Hallo und herzlich willkommen bei SPÖ-TV. Ab heute geht es los. Die zahlreichen Werbematerialien werden in die Gemeinden geliefert. Wir werden mit 1. Mai in den Intensivwahlkampf eintreten. Da wird dieser bunte Strauß an vielen Giveaways an die Burländerinnen und Burländer verteilt. Wir wollen einen sehr kurzen, aber intensiven Wahlkampf im Mai führen und da kommen diese vielen Giveaways auch zum Einsatz. Wir freuen uns schon sehr auf diesen positiven Wahlkampf.